hallo und willkommen auf meinem kanal ja ich bin ja schon einige zeit hier auf youtube und ich habe schon einmal ein video gemacht über einen lightsaber bzw lichtschwert das ganze hat mittlerweile ja relativ große kreise gemacht also das video kam gut bei euch an und ich dachte mir damals war das ja ein lichtschwert das so circa knapp unter 100 euro gekostet hat in china und jetzt werden verstärkt billige schwerte angeboten dieses hier hier steht es ja drauf custom selber ist für knapp 33 34 euro auf ebay zu haben und ich dachte mir kauf mal so ein ding und probiert das mal aus das habe ich jetzt für euch getan und nach dem intro geht's los so ich hatte es natürlich schon mal auf muss ja den akku laden und das machen wir jetzt auch mal hier nicht den akku laden und das schwert auf mit einer hand so was ist das was ist drin in der verpackung diese schwerter sind in der regel mit mehreren klingen längen zu haben diese klinge ist jetzt ja ich glaube 70 oder 72 cm lang ich muss das mal nachmessen noch so weit gefehlt ihr seht die klinge ist nicht 70 zentimeter sondern gerade mal 57 zentimeter die von dem anderen lichtschwert ich glaube die war 75 zentimeter lang die passt sogar daran aber so mit dieser klingen länge ist es auch für kinder zu handeln und ja ihr knallt beim schwingen nirgendwo dagegen so jetzt haben wir genug gelabert jetzt packen wir das ganze mal aus was ist hier drin das ja das ist schon mal gut das hatte ich beim letzten mal nicht eine bedienungsanleitung dann haben wir hier 9 das geht ein bisschen schwer den griff soja der ist schön gearbeitet aus aluminium und noch was noch hier ein usb ladekabel also dieser holstecker hier auf ganz normales usb da drin ist ein austauschbarer akku jetzt schauen wir uns den griff mal etwas näher an so hier am griff die ladebuchse einen taster der ist beleuchtet da vorne ist die led es handelt sich um ein rgb lichtschwert also mit einstellbaren farben da hinten ist der lautsprecher so eigentlich schon alles kurz und knackig jetzt kommt es natürlich auch an was hat das ding so für funktionen ich habe jetzt hier mal die bedienungsanleitung die sind englisch gott sei dank nicht in chinesisch den technischen daten led power ist 9 watt es handelt sich um ein rgb ld soundfonds sind drei wenn ich das hier richtig deute batterie 7,4 watt und 3,6 volt 1500 milliampere stunden total länge je nach klinge 77 bis 96 cm klingematerial high quality pc polycarbonat man kann also theoretisch auch damit kämpfen griffmaterial ist aluminium ladespannung 5 volt klar usb damit läuft das schwert ein bis zwei stunden und nach drei bis vier stunden ladezeit ist es wieder einsatzfähig was kann man noch machen dazu hier ist noch so eine kleine tüte drin da ist werkzeug und madenschrauben die madenschrauben die kommen moment hier vorne ich weiß nicht ob man es sehen kann hier sind zwei löcher damit wird die klinge fixiert kennt ihr ja bestimmt schon so schauen wir mal was das ding so für funktionen hat so was kann das ding funktionen ein ausschalten klar zum einschalten auch wenn es ganz aus ist die drücken und festhalten ganz ausschalten einfach sechs mal knopf drücken im laufenden betrieb dann geht es ganz aus oder einmal länger drücken fürs auf standby zu schalten das probieren wir jetzt mal also lange drücken funktioniert ihr seht da vorne naja die geräusche sind etwas naja aber was will man auch für knapp 30 euro erwarten jetzt probieren wir mal ob es ausgeht jetzt steht es auf standby hier so die weiteren funktionen die werde ich jetzt ausprobieren natürlich mit klinge so wir probieren jetzt mal die funktionen aus was haben wir hier also schalt erstmal ein ab übrigens schaltet sich das schwert auch nach gewissen zeit vom standby komplett aus blau mal sehen ob man die farben wechseln kann wie das geht ja steht hier also moment zweimal drücken das ist übrigens schön hell beleuchtet natürlich am fuß ein bisschen heller wie oben an der spitze das haben ja diese rgb fast alle seit kein neopixel dafür kann man aber auch damit kämpfen also probieren wir mal aha das violett grün ah jetzt wechselt sogar selbst die farben lassen wir mal durchlaufen weiß rot blau wieder grün gelb das kommt jetzt über die kamera nicht so gut das war jetzt noch das problem beim letzten lichtschwert ist auch relativ hell hier gerade aber wenn man dann drückt bleibt es stehen aha das ist ein schönes grün jetzt dann kann man den ton ausstellen vier mal drücken ihr hört es brummt jetzt naja das ist nicht ganz so synchron das ist macht auch also hier das geräusch wenn die klinge was berührt das funktioniert ganz gut das ist der battle mode was immer das sein soll dann blinkt die led oder naja sie blitzt so und vier mal für ton aus also eins zwei drei vier naja jetzt ist der ton aus und er hört ich kann jetzt schwingen die nervigen geräusche sind jetzt weg also funktioniert auch und das war es auch schon viel mehr funktionen sind nicht vorhanden also zum üben wird sich das schwert eigentlich recht gut eignen es ist ziemlich robust die klinge hier ich zeige euch das gleich mal noch ein bisschen abgedunkelt hier es ist zu hell die beleuchtung ist ganz gut farbwahl funktioniert auch naja mit den geräuschen also zum selber üben kann man den ton ja ausschalten aber natürlich klar das andere schwert hat mehr möglichkeiten da war noch musik mit drin und der stimmen alles mögliche aber erstes mal hatte ich da keine anleitung ich weiß bis heute nicht für die ganzen funktionen wie man die schaltet hier ist eine schöne anleitung dabei das ist ein bloßpunkt ja und zum üben kleinere kämpfe oder ganz einfach als überraschung für den kindergeburtstag für knapp über 30 euro finde ich das okay auch die verarbeitung der klingel diese hier ist jetzt schwarz man kann übrigens auch so wenn man zwei schwerter kauft die dann verbinden verbindungsstück das bei dem zweiten schwert dann bei liegt und hat dann ein doppel schwert auch nicht verkehrt die natürlich sich dann getrennt steuern lassen hat natürlich auch zwei ein ausschalter so laden funktioniert das habe ich schon ausprobiert mit dem kabel hier steht auch was von einer warnung die led also die hier im schalter oder im taster die fängt dann an zu blinken wenn der die batterie leer wird so jetzt zeige ich euch mal das schwert diesem dunkel aussieht so jetzt steht auch grün ich halte jetzt noch mal die farben durch grün violett ist auch sehr schön und vor allen dingen hell ihr seht das schwert leuchtet eigentlich relativ relativ schön hell über die ganze klinge das sieht jetzt auf dem video wahrscheinlich nicht so aus gelb blau sieht auch sehr schön aus und rot gefällt mir persönlich am besten waren rot nicht die schwerter der dunklen seite schreibt es mal in die kommentare so also wirklich ein schönes wert für wenig geld ich bin positiv überrascht wenn ihr euch das teil auch mal kaufen wollt ich versuche mal den verkäufer oder den link zum schwert auf der in der bucht zu verlinken in der beschreibung schaut einfach mal rein ansonsten findet ihr das ganz einfach wenn er auf ebay nur einfach die suche lichtschwert eingebt und da kommen tausende achtet nur darauf dass der verkäufer aus deutschland verschickt denn wenn es euch nicht gefällt und jetzt mal zurückschicken wollt und müsst ihr das paket nach china schicken bei der summe lohnt sich das dann nicht übrigens der versand ging schnell kam ja aus deutschland ja ich hatte es glaube ich montags bestellt und donnerstags war es bereits da also nur zwei tage gedauert trotz post strike also für den preis glaube ich gibt es nichts besseres gewöhnungsbedürftig sind die geräusche ist auch nur das schwinggeräusch das kampfgeräusch und das pariergeräusch ist drauf und die bedienung ist eigentlich relativ einfach steht ja in der anleitung genau drin wie es funktioniert und ich denke mal damit wird eigentlich jeder zufrieden sein natürlich kein high end produkt dass man sich zu hause hinstellt oder an die wand hängt aber dafür gibt es ja auch direkt aus den filmen schwerter mit lizenz die dann gleich ein paar hundert euro kosten oder einige modelle sogar ein paar tausend man merkt also hier deutlich dass die led technik doch vorteile hat und auch fortschritte gemacht hat und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht dass man sowas für knapp über 30 euro schon bekommen kann so das war es jetzt in diesem video ich hoffe euch hat es gefallen schreibt mal fleißig kommentare und wenn ihr das schwert interesse dran habt ich verlinke es mal in der beschreibung ok bis dann auf diesem kanal tschüss so Musik Musik